Dr. Winter, Dr. Winter, Dr. Winter, Dr. Winter, Dr. Winter. Guten Tag, mein Name ist Dr. Winter. Ich betreue hier die Fälle, die andere Kollegen von mir schon als aussichtslos abgegeben haben. Und ich habe jetzt zur Zeit einen ganz interessanten Fall, um nicht zu sagen besonders, besonders aufwendig, schwierig, aber auch interessant. Er nennt sich Charlie und ich bin gespannt, was Charlie mir zu berichten hat. Und ob ich ihm helfen kann. Also, seien auch Sie gespannt. Ich freue mich sehr, mit Ihnen, Charlie, diskutieren zu können. Und aus der Fallbesprechung heraus, ihm vielleicht auch helfen zu können. Ihm nützliche Tipps für sein Leben geben zu können. Und ihn aus dem Nebel zurück ins Leben zu führen. Das wäre mir eine große, willkommene Aufgabe. In der Fallbesprechung could be. Vielen Dank.